Hallo liebe Börsianer, es ist wieder Zeit für den charttechnischen Wochenaus- und Rückblick. Die letzte Handelswoche, die hat es wieder in sich gehabt, nicht nur der höchst volatile Ölpreis, 40% runter, 100% wieder nach oben, sondern auch an den Aktienmärkten. Einige Quartalszahlen haben hier die Börse in Atem gehalten, aber am Donnerstag, da hat sich das Chartbild schon etwas eingetrübt. Und am Freitag, wo wir Feiertag hatten, ging es in den USA nochmal deutlich abwärts. Ist das jetzt der Startschuss für den Crash 2.0 oder Teil 2 Corona-Krise? Sell in May and go away. Diese alte Börsenweisheit hat in den letzten 10 Jahren nicht wirklich gut funktioniert. 30% der Fälle, also 3 Jahre, sind die Märkte nach unten gegangen. Ab Mai, ganz interessante Parallelen gibt es zu 2019, da schauen wir uns gleich im Chart an. Bevor es losgeht, aber noch kurz der Hinweis, abonnieren Sie den Kanal von Finanzmarktwelt und gerne auch meinen Kanal. Mein Name ist Mario Sternrücken, ich bin Daytrader und versuche auch auf meinem YouTube-Kanal so ein bisschen Hilfestellung zu leisten zum Thema Börse, zum Thema Charttechnik. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn Sie auch meinen Kanal abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, Video aus und Glaskugel an! Starten wir zuerst mit dem Blick auf den DAX Future und hier sehen wir die Stärke. Kurz in der letzten Woche hatten wir gesagt, wenn er diese Widerstandslinie überschritten wird, dann haben wir eine gute Chance durchzuziehen in Richtung 11.300. Mein Ziel war eigentlich im Bereich 11.600 Punkte. Der Markt ist angezogen, hat diesen Widerstand, diesen Fallen Widerstand überschritten, hat Dynamik aufgebaut, hat die 11.000 Punkte Marke und das war eine wichtige Hürde. Hier hatten wir einen Gap, Widerstand plus diese zwei Corona-Verlaufshochs. Hier war ich ursprünglich, vor etwas längerer Zeit habe ich gesagt, dieses Niveau wird geschortet, als wir uns dann aber nur seitwärts bewegt haben und Sie wissen, was passiert bei einem Bruch aus einer Seitwärtsbewegung, dann entsteht in der Regel ein neuer Trend. Und deshalb hatte ich schon gesagt, ich habe hier auf Cashkurs, hatte ich mal eine Trading-Idee veröffentlicht, dass wir im Bereich 11.000 Punkte shorten. Die habe ich dann wieder aufgehoben, eben weil das ein Zeichen der Stärke war und die 11.600 durchaus hätten erreicht werden können. So, Ausbruch nach oben, starkes Zeichen, bis dahin alles gut. Rücksetzer in dem Bereich 10.900 auch noch okay, denn aus einem alten Widerstand, wenn er überschritten wird, sieht man ja häufig, Rücksetzer, alter Widerstand wird Unterstützung. So, jetzt hat diese Unterstützung aber nicht mehr gehalten und das ist ein Zeichen der Schwäche, das ist ein Zeichen für einen Fehlausbruch und ein Fehlausbruch endet häufig, in einer schnellen dynamischen Gegenbewegung und zwar in Richtung der letzten Tiefs. Die haben wir im Bereich 10.200, 10.000 glatt ist auch nochmal, alte Verlaufshochs werden zur Unterstützung, 10.200 wird Unterstützung, also kann man sagen, 10.000 bis 10.200 ist so das nächste Ziel. Aufgrund der Tatsache, dass wir uns aber ja in einem übergeordneten Abwärtstrend befinden, Corona-Crash und der sich ja durchaus nochmal fortsetzen könnte, es brennt ja im Grunde überall, muss man damit rechnen, es einfach auf dem Plan haben, dass es noch eine Etage tiefer gehen kann, 9.400 und sogar wieder in Richtung 8.000 Punkte könnte es laufen. Soweit will ich aber noch nicht denken, soweit möchte ich noch nicht vorgreifen, denn erst einmal ist das nächste Ziel im Bereich 10.000 bis 10.200 Punkte zu sehen. Wir dürfen nicht vergessen, der DAX Future wurde am Freitag nicht gehandelt und in den USA haben wir schon eine deutliche Abwärtsbewegung gestern bzw. am Freitag noch gesehen und deshalb dürfte der DAX hier mit einem Gap nach unten am Montag starten. Wichtig, die Marke bleibt Widerstand. Wenn sie nochmal angelaufen wird, wäre das ein schönes Short-Niveau. So und jetzt müssen wir gucken, was könnte passieren, wenn wir uns hier in den nächsten Wochen nur seitwärts bewegen. Ich sag mal, die 10.000, 10.200 Marke erreichen und wieder relativ hoch laufen, dann spricht das eher für eine übergeordnete Seitwärtsbewegung in den nächsten Wochen. Wenn wir aber weiter schnell Dynamik aufbauen, Achtung, dann Tiefs im Bereich 8.000 sind durchaus möglich. Schauen wir uns den S&P 500 an und die US-Märkte, die sind ja tendenziell stärker als der DAX. Und wir haben hier im S&P noch einen bestehenden Aufwärtstrend, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und der bleibt so lange bestehen, bis wir hier diese Make-or-Break-Unterstützung im Bereich 2.707 bis 2.736, solange die hält, haben wir eher eine Seitwärtsbewegung dann, die ausgebildet wird. Wenn wir gucken, Unterstützungsniveau, leicht höhere hoch, setzt noch mal höhere hoch, wenn wir im Bereich 2.720 Punkte hier nach oben drehen, dann haben wir dieses Szenario hier als Seitwärtsbewegung. Das kann in einem Bruch nach oben führen oder in einem Bruch nach unten. Ein Bruch nach unten wäre natürlich eine heftige Nummer, denn dann auch hier nochmal durchaus tiefere Tiefs. 2.425, 2.455 wäre dann hier mein erstes favorisiertes Kursziel, wenn die Make-or-Break-Unterstützungsmarke fällt. Und Zeichen der Schwäche haben wir jetzt schon gesehen. Wir hatten hier 2.856 bis 2.886, das war ein markanter Wendepunkt, wo der Markt hätte drehen können und auch nochmal durchaus hätte tiefer laufen können, hat er aber nicht. Wir sind jetzt erstmal Anfang der Woche über diese Hürde angestiegen, alter Widerstand hätte zur Unterstützung werden sollen, wurde er aber nicht. Der Abverkauf ist deutlich tiefer als erwartet, das ist ein Zeichen der Schwäche, noch nicht ganz so schwach wie im DAX zu sehen, aber trotzdem ist die Dynamik nach oben erstmal, ja, ist einfach erstmal dahin. Im S&P ist es möglich, dass wir nochmal das Hoch hier anlaufen, 2.69, 2.79. Dort rechne ich dann aber eher auch wieder mit einem Abverkauf. Also das letzte Hoch unbedingt mal merken, hier Umkehrsignale ist ein Short-Niveau. Erster Test der 2.720 wäre nochmal ein Long-Versuch wert mit engem Stop-Loss darunter. So zumindest meine Vorgehensweise. Und hier bitte keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Das ist alles sehr spekulativ, rein technischer Natur. Ich gehe eher davon aus, dass wir im S&P nochmal diesen Bereich 2.856, 2.886 antesten werden und von dort dann in Richtung 2.27 laufen. Je nachdem wie dynamisch das geschieht, kann die Marke halten und nochmal eine Gegenbewegung nach oben erzeugen. Schauen wir uns mal den S&P 500 vor genau einem Jahr an. Hier im Mai 2019 haben wir ein kleines Verlaufshoch erreicht. Ebenfalls 2.960 waren wir glaube ich, also im Bereich 2.950 hier dieses Verlaufshoch. Hey Mensch, da waren wir ja gerade auch schon. So und dann hat es eine Abwärtsbewegung ungefähr 8% gegeben bis 2.725 roundabout und dafür hat der Markt 33 Tage gebraucht. Im Grunde hier den ganzen Mai ging es erstmal abwärts. Und jetzt gucken wir uns die aktuelle Situation an. Genau das Hoch wieder erreicht, hier im Bereich 2.950 der Markt dreht. Und hier fällt er aber schon innerhalb von 2 Tagen, macht er fast die Hälfte der Abwärtsbewegung, wo der Markt im letzten Jahr einen Monat für gebraucht hat, macht er einen Großteil schon in 2 Tagen. Also die Amplitude, die Schwankungsbreite, die ist momentan weiterhin sehr sehr hoch. Und da sind noch 100 Punkte rauf runter, sind da relativ schnell gemacht. Das könnte schon in einem Tag passieren, wo wir sonst einen Monat für gebraucht haben. Deswegen ist einfach momentan immer noch weiterhin Vorsicht geboten. Und aufgrund der Schnelligkeit der Bewegung, die wir hier in den letzten Tagen gesehen haben, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass wir nicht nur bis 2.725 korrigieren, sondern auch darüber hinaus noch einen ganzen Schnaps weit laufen. Schauen wir uns das Gold an und das ist weiter sehr spannend. Das könnte eine sehr interessante Woche werden. Wir haben die schon beim letzten Mal genannte Make-or-Break-Unterstützung hier im Bereich 1.670 bis 1.700 US-Dollar, haben wir jetzt mehrfach angelaufen. Wir sehen leicht fallende Verlaufshochs in einem Aufwärtstrend. Und wenn jetzt die 1.730 bis 1.740 das letzte Verlaufshoch nach oben gebrochen wird, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir das markante Bollwerk Widerstandsniveau 1.780 bis 1.800 US-Dollar nach oben verlassen. Und dann ist das nächste Ziel 1.900. Dann wird es dort aber schon wieder schwierig, wenn man irgendwie kurzfristige Swing Trading Long Position aufbaut auf dem aktuellen Niveau. Im Bereich 1.900 muss man unbedingt Gewinne realisieren, wenigstens Teilgewinne. Bricht das Unterstützungsniveau, dann ist das nächste Ziel 1.555 bis 1.580 und auch hier erwarte ich erst einmal eine Gegenbewegung. Also Gold könnte spannend werden. Brechen wir hier aus dieser Keilformation nach oben aus. Das könnte nächste Woche geschehen. Daran denken, Freitag sind Non-Farm-Payrolls und da ist immer viel Bewegung gemacht. Schauen wir uns noch das Öl an und auch hier, was eine Handelswoche. Es sieht ja gar nicht so spektakulär aus, aber wenn wir mal gucken, wir sind von 18 US-Dollar auf 10 gefallen. Also 40% Abwärtsbewegung. Von 10 sind wir jetzt auf 20 gestiegen, also verdoppelt in und das Ganze innerhalb einer Handelswoche. Das ist der nackte Wahnsinn, was hier im Öl los ist. Aber aus technischer Sicht, Widerstand 17.20 bis 18.40 ist zur Unterstützung geworden, wurde am Freitag auch direkt mal angetestet. Damit haben wir das nächste Ziel 22 bis 23 US-Dollar nicht auszuschließen, dass wir noch die 27.30 bis 28.40 erreichen. Aber hey ja, jetzt haben wir ja auch schon wieder zumindest rein prozentual einen Megaschluck aus der Pulle genommen. Und ich erwarte jetzt erstmal, dass wir im Bereich 22 bis 23, wenn das Niveau angelaufen wird, dass wir hier nochmal einen Rücksetzer sehen, wenigstens bis zur Unterstützungsmarke. Sollte diese brechen, auch jetzt schon, wenn wir hier, wir haben ja schon, schöne Aufwärtsbewegung, wenn wir jetzt hier auf hohem Niveau pendeln und dann nach unten laufen, haben wir wieder das Ziel, 10 bis 12 US-Dollar. Und naja, wir haben ja schon zuletzt Kurse unter Null gesehen, je nachdem wie der aktuelle Kontraktmonat läuft, der aktuelle Liefermonat. Wenn wir hier zeitlich weiter fortschreiten, nicht auszuschließen, wenn die Lager weiter voll sind, dass wir auch hier wieder Richtung Null tendieren. An der Börse ist alles möglich und das haben wir zuletzt wirklich wieder eindrucksvoll gesehen. So Leute, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch und vergesst nicht, die Kanäle von Finanzmarktwelt und meinen persönlichen Mario Steinrücken zu abonnieren. Vielen Dank dafür, vielleicht knacke ich ja sogar die 1000-Follower-Marke. Ich danke euch und wünsche euch noch ein schönes Wochenende und vor allen Dingen einen guten und gesunden Start in die nächste Handelswoche. Freitag wird es spannend, nächste Woche Freitag, 14.30 Uhr, die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten der Non-Farm-Payrolls. Das wird wieder eine heiße Geschichte.